ja hallo da sind wir wieder bei Minecraft der letzten Folge haben wir den Zug ja losgeschickt und jetzt schauen wir mal jetzt müsste er gleich kommen ja nicht mal kurz schauen aber wo wirklich fährt und der Pferd auch noch die Frage ob der auch noch kommt wenn ja wann jetzt haben wir hier gleich mal dass der nicht weiter fährt und nicht mehr davon fährt wenn er zurückkommt gleich mal eine Pause einlegt der müsste, ah hier kommt er schon seht ihr, da rast er an jetzt mal kurz mal gucken schnell mal reinschauen, zack so jetzt müsste er eigentlich warten bis er vorgeladen ist ich kann nicht drauf zugreifen zack zack warum kann ich nicht auf Karte mir reinschätzen wollte ich nicht so also es hat funktioniert dass er das hat nicht funktioniert damit wird es dann wenn complete aufrufen, welches da hat er wenn complete oder liegt es daran dass der wirklich hier ist wenn er jetzt noch ein Signal sendet, sendet das gleich weiter natürlich die Frage vielleicht schiebt der den vorne weg aber hier kann ich auch nichts anbauen anders ist das Problem wenn der voll wäre wird der auch fahren da bin ich echt jetzt na ok wobei ich könnte ja hier einen draus machen das wäre noch das will noch gehen das heißt wenn wir das ein bisschen anders hier bauen um was zu fressen habe ich nichts mal rauf ja ich weiß wir eiern jetzt hier schon drei Folgen darum aber ich kann ja auch nichts machen ich bin da ja kein Profi hier mehr das ist schon lange her da wirklich aktiv mit den ganzen Workcraft gearbeitet habe das ist der schon ein bisschen her verzeiht es mir, verzeiht es mir ich gebe mein bestes und zeige euch mein schlechtestes so nach diesem Motto so essen hat er jetzt zack zack dann werden wir das jetzt einfach anders machen wir werden was haben wir denn hier hier haben wir den Anloader den ganzen Kack hier nochmal weg machen den Liquidloader werden wir hier hin bauen das heißt dazu kommt rein und wird hier erst einmal hier Flüssigkeit laden dann haben wir hier die Flüssigkeit schon mal weg dann wird er hier auf halber soll er vielleicht da das ist halt schwierig warte mal das ist dann tun wir den hier nochmal weg er soll die Flüssigkeit hier laden dann zack dann tue ich hier weg dann soll er hier erstmal entladen kommt direkt hier rein und hier soll er entladen da kommt dann dann Anloader hin zack der dann wenn wir das dann so machen so machen so machen da gibt es eh alles weg bringt eh nix entladen soll er nur Minecarts zack nur Minecarts und if not item ist ein Retschensignal wenn keine Items erst wenn komplett ist zack gut können wir mal kurz testen hier tun wir so einmal rein und erst wenn die Eimer hier im Buffer sind geht es weiter sehr gut hier haben wir gesagt Liquid Loader zack hat komplett voll genau dann müssen wir hier noch die Pipes ein bisschen verlängern hier das wird ja auch kein Problem sein so zack dann tun wir uns mit der ganzen Sache ein bisschen einfacher weil ich sehe schon sonst wird das gar nichts hier dann dann du mal dich hier weg und dich hier weg geht das so ohne dass wir die Kiste zerstören dann hier wieder zack ähm vielleicht können wir hier rein machen hier gucken wir mal chestcard und Lokomotive jeweils drei Stacks das das sollte dann jetzt hoffentlich funktionieren bei die Lokomotive könnte man ja früher laden aber mhm zuerst Lokomotive und dann chestcard und so so und so dann guck mal nochmal oder hoffen neues aha richtig die Lokomotive jetzt hin so Leute wo ist das gut hier nicht mehr da wieder so Lokomotive schaut in die andere Richtung zack zack normales minecart hier dazu link created chestcard dazu zack zack link created zack 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 t zack 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 mit dem nehmann kühlt hallo die mutiger ein Tröpfel hier im Wasser und und kriegst ein Running und so die Geschwindigkeit wir warten bis der aufgeheizt ist das dauert natürlich wieder ein bisschen aber es soll ja auch kein Problem sein vielleicht kriegen wir es ja gebacken das ist schon das war das jetzt für ein Pack hier so zack 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 da hinten ist ein Creeper, habt ihr den gesehen, oh schnell weg hier Angst der Creeper er hat uns erfolgt so produziert jetzt dem das passt und damit hoffentlich hoffentlich funktioniert so wie wir uns das vorstellen oder ich mir vorstelle ich bin ja guter Dinger mal gucken ich würde es mir halt nicht übel nehmen, ich bin nicht der Beste hier in WayCraft nein, eigentlich wollte ich hier nicht einsteigen so, der wartet jetzt bis er voll ist und dann müsste er weiterfahren genau als nächster müsste er Kohle laden, drei Stacks müsste es sein der lädt hier gleich wieder nach, wie ihr seht, so na komm, jetzt kann ich nicht mehr reingucken zack und jetzt müsste er weiterfahren eigentlich genau, so hier drei Stacks 1 2 3 4 ja, das ist eben nicht das, was ich wollte das soll ich nur drei Stacks machen hallo, was machst du hier ich will nur drei Stacks Stock Stock Express Keep, Alter, in der Filter Move the rest all mhm so und hier, mein komplett, genau warum fährst du jetzt rückwärts dreh dich gefällig so so drei Stacks drei Stacks so Freundchen jetzt tust du drei Stacks hier rein und wenn du drei Stacks drin hast, hast du gefälligst weiterfahren jetzt sollst du hier drei Stacks rein tun dann auch weiterfahren warum fährst du immer zurück, du dumme Nosto gehen wir nicht auf den Sack ey warum bleibst du hier stehen, du dummes Sau ey Entschuldigung, aber es muss ja sein jetzt aber jetzt haben wir das Problem, dass wir hier ich sehe schon mindestens eine Wand weiter müssen damit wir hier keine Probleme bekommen mit die ganze Schiene, weil wenn der dann stecken bleibt, ist der genau in der Kurve und dann dreht er sich wahrscheinlich um so, jetzt müssen wir nochmal gucken wir haben hier 250.000 Stacks drin, was ich nicht in Ordnung finde so, Kohle mal hier rein zack, so, machen wir mal leer 1, 2, 3 Stacks kommen da rein so, wie es sein sollte, ne hier ist auch 3 Stacks, so dann fahr du mal spazieren dann können wir in Ruhe jetzt hier das Gleiseis weiterlegen bis der wieder kommt das wird doch nicht so lange so schnell sein, bis der wieder kommt Ah, Menno hoffen halt mal, dass es nicht so schnell ist bis ich hier mal das fertig gebaut habe so so so, dann haben wir eins länger und wenn der jetzt wieder hängen bleibt dann rast ich raus dann gibt's toten Hasen, wisst ihr das? so dann haben wir ja bald die Zeit wieder oben und eigentlich nichts gemacht das ist ja auch eine Freiheit, oder? die haben wir jede Menge darin da dann haben wir wieder nichts gemacht ja das ist alles klar aber ich verstehe nicht, warum der sich hier aufhängt vielleicht vielleicht tun wir mal das hier raus maximal das ist Many er soll maximal das machen und er soll weiterfahren wenn er keine Items mehr bewegen kann gut und das machen wir mal so wenn er jetzt kommen würde das wäre dann gut denn die Folge wird ja auch gleich aus sein und ja eineinhalb Minuten noch circa wird's wahrscheinlich genau ausgehen dass wir einen Testlauf kriegen und dann kann ich ja mir gratulieren fünf Folgen ein Minecraft hinbekommen könnt ihr mal in den Kommentar schreiben du bist der Beste schaffst ja nix könnt ihr ruhig reinschreiben das habe ich verdient denn ich krieg's nicht gepackt mit Wakecraft wobei ich eigentlich sagen muss früher mal war ich gar nicht so schlecht drauf mit Wakecraft da habe ich alles gewusst aber man verlernt das halt mit der Zeit wieder als ich dann mit anderen Mods beschäftigt oder anderen Dinge spielt ja nicht die ganze Zeit Minecraft dann verlernt man die ganze Sachen ein wenig wieder das muss man wohl auch betonen man man kann sich nicht immer alles merken das ganze war so freundlich komm doch na komm boot 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 da suchen lieber nicht wird schon kommen oder Hoffmann hat der Unfall gehabt vielleicht ich hoffe mal nicht Problem ist wenn ich hier zu gehen der mir entgegenkommt dann bin ich tot das Problem ich bin ich gerne tot denn ich kenne das wenn ich tot bin ah hier kommt auch glaubt man danach so warum fährst du jetzt eigentlich verkehrt du dummer Junge weißt du das ach ich hasse das neitzkuchen hier drei drin die müsste als ausladen eigentlich zack erst wenn die leer sind müsste er weiterfahren so drei Stacks so Wasser vollfüllen mein voll ist weiter erst wenn drei Stacks drin sind weiter eins zwei drei und erst wenn hier drei Stacks voll sind weiterfahren hey Leute wisst ihr was das heißt wisst das dass der dumme junge sich wieder umdreht da werden wir dann noch was machen und zwar gibt es da ich glaube da gibt es ja diese one way dinga da lockt da ne ne one way track cards can only pass in one direction der arrow genau die würde ich haben ohne way vielleicht haben wir die schon ne da fehlt uns jetzt was arrow das ist ja mit Zaun oder ist das ja ne ne control track die 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 sind besser so die da zack zack hallo hängt das aber grad oder was ja na gut egal dann würde ich sagen war es das für die Folge wir machen in der nächsten weiter ich weiß das wird lange aber ist so kann ich nichts machen bis dahin alles Gute und macht's gut like und abonnieren nicht vergessen